Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial vom Landwirtschaftssimulator 25. Heute erkläre ich dir, wie die Schweinezucht funktioniert. Du erfährst, was Schweine benötigen und welche Maschinen und Geräte du brauchst und wie du die Tiere kaufst und verkaufst. Außerdem erkläre ich dir, was du beachten musst, damit Schweine Mist und Gülle produzieren. Gülle und Mist kannst du entweder in der BGA verkaufen oder zur Ertragssteigerung auf deinem Feld einsetzen. Schweine sind im Unterhalt recht teuer und wählerisch, was das Fressen angeht. Damit sie sich vermehren und du sie gewinnbringend verkaufen kannst, musst du einiges beachten. Doch der Reihe nach. Welche Schweine gibt es im LS25? Es gibt drei Rassen. Das deutsche Edelschwein, das bunte Bentheimer Schwein und die Bergschir. Die Tiere unterscheiden sich nur optisch. Ansonsten sind die Anforderungen identisch. Sofern sie bei voller Gesundheit sind, reproduzieren sich Schweine erstmalig nach sechs Monaten. Es gibt eine Weide und verschiedene Ställe, in denen du Schweine unterbringen kannst. Ein wichtiger Hinweis, Wasser musst du nur auf der Weide anliefern. Alle Ställe haben einen integrierten Wasseranschluss und du musst dorthin kein Wasser liefern. Fangen wir mit der Weide und den Ställen an. Im Baumenü findest du verschiedene Ställe und eine Weide. Für 20.000 Euro erhältst du die Weide, auf der 36 Schweine Platz finden, sofern du den Zaun nicht selbst anpasst. Vergrößerst du den Zaun, kannst du mehr Schweine auf der Weide halten. Zu der Weide musst du Wasser anliefern. Und zwar nur bei der Weide. Alle nachfolgenden Ställe haben einen Wasseranschluss bereits integriert und du musst dorthin, wie erwähnt, kein Wasser liefern. Im Schweinestall für 67.000 Euro finden 50 Schweine ein neues Zuhause. Eine kleine Besonderheit ist die Hütte mit Schweinegehege. Für 44.000 Euro kannst du hier 25 Schweine halten und zusätzlich noch Geräte abstellen. Das kann für dich praktisch sein, wenn du nicht viel Platz hast und gerade erst mit der Schweinezucht beginnst. Außerdem kannst du die Maschinen für die Schweinezucht direkt in der Hütte abstellen. Für 109.000 Euro erhältst du einen großen Schweinestall, der Platz für 109 Tiere bietet. Auch hier kannst du den Zaun anpassen, damit noch mehr Tiere Platz finden. Der letzte Schweinestall und auch der größte im LS25 kostet 164.000 Euro und bietet Platz für insgesamt 275 Schweine. Auch hier lässt sich der Zaun anpassen, damit du noch mehr Tiere halten kannst. Bevor du die ersten Schweine kaufst, solltest du die passenden Maschinen und Geräte auf deinem Hof haben. Schweine produzieren ebenso wie Kühe Mist. Damit sie Mist produzieren, benötigen sie Stroh. Das musst du allerdings nicht in den Stall einstreuen, sondern kannst es direkt neben dem Stall abladen. Wie erwähnt genießen Schweine ein reichhaltiges Buffet. Du brauchst Basisfutter, Getreide, Proteine und Wurzelfrüchte. Zum Glück kannst du das alles neben dem Stall abladen und musst es nicht mischen. Als Anhänger empfehle ich dir den Krampe Halfpipe HP20, mit dem du alle Zutaten für das Schweinefutter laden kannst. Im Shop erhältst du ihn für 36.000 Euro. Damit du Gülle und Mist aus dem Stall abholen kannst, brauchst du einen passenden Miststreuer sowie einen Güllebehälter. Wenn du die Schweine später etwa von der Weide zum Stall transferieren möchtest, brauchst du außerdem einen Viehtransporter. Bei der Schweinezucht ist das Geld für den Transporter aber schnell wieder drin, sofern du die Schweinezucht im großen Stil betreibst. Du kannst die Schweine entweder direkt beim Viehhändler kaufen oder sie dir über das Tiermenü des jeweiligen Gebäudes direkt in den Stall liefern lassen. Dabei fällt allerdings eine Gebühr von 30 Euro pro Tier an. Mit dem Viehtransporter lädst du die Schweine beim Viehhändler ein, transportierst sie zum Stall und öffnest dann das Tiermenü, um sie in den Stall zu entladen. Kommen wir nun dazu, was Schweine eigentlich fressen. Schweine fressen sehr viel und sehr reichhaltig. Damit sie sich vermehren, musst du das passende Futter in den Stall liefern. Dabei ist es wichtig, dass sie das geforderte Futter komplett erhalten. Um die höchste Produktivität zu erhalten, benötigst du als Basisfutter Mais oder Hirse. Weiterhin wollen Schweine auch Getreide im Futtermix haben. Hier kannst du Weizen oder Gerste anliefern. Proteine brauchen Schweine ebenfalls. Hier kannst du Sojabohnen, Raps oder Sonnenblumen verfüttern. Und zu guter Letzt fressen Schweine auch gerne Wurzelfrüchte. Dazu kannst du Kartoffeln oder Zuckerrüben verwenden. Dadurch erhalten Schweine die volle Produktivität und vermehren sich entsprechend nach 6 Monaten erstmalig. Du kannst natürlich auch Schweinefutter kaufen. Das ist bereits in der richtigen Menge gemischt, kostet allerdings wesentlich mehr. Daher empfehle ich dir, die Zutaten direkt anzuliefern. Damit die Schweine Mist produzieren, kippst du Stroh neben dem Stall in das Silo. Erst dann produzieren die Tiere auch Mist. Der Mist selbst muss natürlich auch irgendwo hin. Entsprechend baust du einen Misthaufen neben dem Stall. Gehe dazu ins Baumenü und schaue bei den Siloerweiterungen nach dem Misthaufen. Wichtig, der Misthaufen befindet sich bei den Siloerweiterungen. Achte darauf, dass du den Misthaufen neben dem Stall platzierst. Ist er zu weit weg, erhältst du einen entsprechenden Hinweis im Spiel. Sofern du die Schweine richtig fütterst, fangen sie sich nach 6 Monaten an zu reproduzieren. Du siehst den jeweiligen Fortschritt in der Übersicht vom Stall. Hier siehst du auch, wie es den Schweinen geht und ob sie ausreichend Futter haben. Gülle kannst du direkt am Stall beladen. Die Gülle kannst du dann auf dem Feld ausbringen. Aktivierst du die doppelte Ausbringenmenge, erhält das Feld zwei Düngestufen. Sobald du einen Misthaufen gebaut hast, führt er sich im Laufe der Zeit. Du kannst mit einem Misthreuer neben dem Misthaufen fahren, um den Misthreuer direkt zu beladen. Den Mist kannst du verkaufen oder auf dem Feld als Dünger ausbringen. Auch hier gilt, aktivierst du die doppelte Ausbringenmenge, erhält das Feld zwei Düngestufen. Nach einigen Monaten siehst du im Menü, dass die Tiere im Wert nicht mehr steigen. Zu dem Zeitpunkt kannst du sie dann verkaufen. Verkaufen kannst du die Tiere direkt beim Viehhändler oder über das Menü. Im Menü findest du auf der linken Seite ein Symbol mit einem Pfeil nach links. Dort kannst du die Tiere entsprechend verkaufen. Achte darauf, aus welchem Stall du die Tiere verkaufst. Bevor wir zum Ende kommen, du kannst über meinen Link in der Beschreibung den LS25, DSCs oder den Season Pass, sowie andere Inhalte direkt von Giants kaufen. Du entschützt damit mich und meine Arbeit. Kaufst dir etwas über meinen Link, zahlst du nicht mehr und ich erhalte eine kleine Provision. Danke dir vielmals. Und das war das Tutorial zur Schweinezucht im Landwirtschaftssimulator 25. Hat dir das Video geholfen? Wenn ja, freue ich mich über ein Like. Hast du Fragen oder Anregungen? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Weitere Videos und Tutorials zum LS25 findest du auf meinem Kanal. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Dein Metalizer